Ich kenne nur wie ein Taum, meine Oma ist eine Hexe oder so Kenn ich aber nicht Wenn ihr das kennt, kommt vorab und schreibt es in die Kommentare Au Da sieht der Polizist aus wie ein Schwein Und das Mädchen wie eine Hexe Und die Oma sowieso Da ist ja der Boss Ah, töten wir den mal Nicht ein Boss, aber einen Boss Das kicken wir jetzt in seinem Verzerr Oder auch nicht Soll es aber genug Energie haben Sobald der da unter ist, ne Kann ich ihn eh kaputt machen Unter meine ist es vielleicht Jetzt BÄM Einhändig Schwert Brauch ich nicht Ich brauch Stangenwaffen oder Stäbe Ich habe keine Einhändig Schwert da Müssen wir hier runter welche angegriffen also sehr schön die heiler hinterher kommen würden ist tot die quest abgeben und er will ab tötet robot robo ingenieur thermadraht so ein idiot der typ nehmen danke ihr lebt die bewegungsbewegung ist hier verringert die bewegungstempo um 50 prozent die dauer von leben wird zurückgesetzt solange das ziel innerhalb von zehn meter also leben ist eigentlich so eine art kniesähne für arme nein ist sowas wie kniesähne vom hr krieger sie doch genauso gleich aus würde ich mal sagen kann das nicht angreifen nur hat ein bisschen andere fähigkeiten ist klar das jetzt mache ich auch so lang es ist auch bewegungsunfähig also steht jetzt auch an der stelle das haben wir gemacht was haben sie getan nein 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 tschüssi muss weg muss weg muss weg muss weg ich bin zu jung zum sterben viel zu jung wo ist denn hier raus lass mich bloß in ruhe da kommt eine ganze armee an ja wo kamen die denn jetzt alle her ne manunana 5000 leute haben mich getötet wir wollen instanz ne an die in die dann so hallo mordog 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 das überleb ich nicht das werde ich nie überleben egal haben wir mal in die richtung und da hinten geht es weiter her machen wir ja was ist das hier ein moped ich will auch habe ja jetzt aber ich kann es nicht benutzen lalalala einfach in die richtung laufen dann sind wir beide da dann sind wir beide da wenn wir rollen dann sind wir schneller danach und können schneller rennen am besten ist er der dritte benutzen wir gleich wieder und zwar jetzt das könnte wieder rollen der droide denkt er ist schnell was aber ich bin genauso schnell ja mhm obwohl nein er ist schnell aber trotzdem überhole ich gleich noch in drei jahren rollt eine kurze entfernung diese fähigkeit ist doch nicht bereit das ist ja wie im real life oh das ist ein gegner ne da will ich nicht hin lalalala hier bitte danke danke ciao an Coy ambos guck mal wie ein moped da hat er sich ja lustig aus hat er schon eine sanation ich bin acht nagyon nein nein neinран nicht schon wieder lasst mich in ruhe da ist mir geht weg kaufe ich bin ich schreibe ich mein gott meine gotte der tank ist der einzige der gepult hat glaube ich nur unterwegs sieht so aus der wird angegriffen so ein horst akana nullifizierer x21 ein sehr toller kreative namen nicht kinder nein darf ich ihn angreifen mit meinem schlangen dritt attacke die fliebung kommt damit auch nicht so leicht hier glaube ich erst mal gestalt hier der macht erst mal gar nicht zuerst dem ober das war doch easy going hallo ich habe kein ziel mein dicker panda bär führerfeustel führerfeustel gottogottogott einmal einmal bashen herrmoplack ist auch so ein richtiger horse haben wir den devil abbekommen gezeigt an den typen hier ich habe zu wenig energie wieder führerfeustel machen das nur ein einzelnen gestreift weil ich nicht immer haar verkaufen könnte ninja looten ganz schnell mal ein ziel bekommt also hier uni hat gewonnen so bald sind wir am ende im gelände wir rollen und was machen die da kommt ihr mal schmuckel da hinten ist aber die tür zu thermoblack zum zahnbelag das sind solche forsten ein zwei drei das ist nur ganz lustig zu wissen äh, das ist nicht angreifen, das glaube ich so das ist nicht angreifen, das glaube ich so das game over man Habt ihr diesen Sprung gesehen? Der war so krass Der muss endlich da So, öffnen wir mal das Tor Recon, wie unser Schaden ist, alle Daten Oh, der Ding ist besser, aber die Eule ist schlechter Hast du die Stimme von dem so ein bisschen? Aber auch nur so ein bisschen Nur so ein bisschen Nicht viel Nicht schlecht, nicht schlecht War schon gut Du hast zu wenig Energie, hab ich das Gefühl Gleich ist der Typ tot Gleich ist der Typ tot Totale Vernichtung Ketten sind getroppt Und Finger mit Arcan, Naturwiderstand und neuen Ausdauer Solchen damit Bisschen weiß, wer will damit überhaupt irgendwas Das ist doch totaler Schrott Naja Äh, this was the Instance Äh, nein, das war die Instanz Können wir da mal eine Quest noch abgeben Ich glaube, hier hinter Ja, hier ist es versteckt Hannibal Okay Äh, Leder Ja, hier sind wir wirklich klein Nehmen wir das da Ich nehme es direkt an Gucken nochmal in so einen kleinen Beutel Bleibt Ausdauer Ich nehme gar keinen Hals Von daher nehmen wir das Ding Und machen es uns überfallen Lassen Und schon sind wir wieder Außerinstanz Finger weg Böser Oga Lass mich Ich bin der Quest Ich gehe nochmal da oben Die beiden Quest abgeben Nein, Oga Böser Oga Wir sind gleich wirklich das nächste Gebiet Weil hier die Quest schon zu lau sind Einfach Zu lau, Digga So Schlaro Schwert Stoff Brust Ich muss bestimmt Ich muss mir noch eine Grauengebundene Brust So schön fällt mir gerade ein Die gibt ja mehr AP So und wir sind Level 29 Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder Bis dann. Tschüss.